Aufgesetzt. Einer wird zu verstauen. Das andere dringendermacht. Jetzt darfst du mal kurz mal das Ding... Jetzt muss mir die Kamera... Jetzt muss mir das Ding geben. Und? Was will ich damit jetzt? Ich muss das Ding festmachen. An der Mac Gimbal. Festmachen. Und die aktivieren die Gimbal. Komm, 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 geh schon. Und jetzt aktivieren die Gimbal. Gott, die will nicht. Hast du mit Abzurecht nichts daran gemacht? Kannst du anlassen. Jetzt sind wir online. Hier. Lass dich da hin und wegfahren. Ich soll nicht rauskommen. Okay. Ich stell mich jetzt da hin. Das ist gut. 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 Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Auf der Suche nach neuen Abenteuern. Hier ist der Justus König. Bekannter Justus Darmteuer. Der Justus König. Der Abenteuer. Der YouTuber aus Würzburg. Hier ist jetzt Justus YouTube Live TV. Wir sind hier beim Tuning-Auto-Treffen hier in Karlstadt. Und machen jetzt hier Live-Videoaufnahme. Und dann später könnt ihr die Sicht sehen, was oben diese GoPro als Ding gefilmt. Das hier da ist. Später. So. Wir haben hier ein bisschen Wind hier. Hört. Der Wind hat ein bisschen weggetrunnen. Und dann machen wir jetzt hier Live. Also Live, Tuning-Treffen, Karlstadt. Weil es die Qualität nicht gut ist. Haben wir später oben die Qualität noch für diese Hand-Kamera. Weil die läuft die ganze Zeit mitten live. Und das kann ja schwer sein. Die Sicht eines GoPros. Also man bezahlt. Äh. Hier. Als Besucher. 5 Euro. Aber wenn wir das Auto hinstellen, wie kein Aussteller. Zahlt man halt. 10 Euro. Und da ist wirklich nichts bei mir. Okay. Und jetzt laufen wir hier rum. Also wir laufen jetzt rum. Aber Schwarz ist auch dabei. Ja, bitte. Hi. Hallo. Was ist los? Aber so. Sehr schöne Autos. Und da ist halt der King Alex bei mir. Den habe ich jetzt so dargestellt. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Wenn ich mich schon im Keller. Da ist jumps kille. Tubing Alex bei mir. Nee. Ich hab noch態 gemacht wenn ich ganz lange Funny. Also wir laufen jetzt... Ich weiß mehr was... Lieber malos irgendwo Aziz? Also ich muss jetzt... Runde laufen. Runde. Ja. Warst du mit? 1 Ever. Als gut oben. sehr gut es ist live wir sind jetzt hier auf dem Ausstellerparkplatz dahinten ist der Besucherparkplatz Papa Schwarz wir laufen hier zwei Runden einmal mit Live Kamera und einmal ohne Live einmal mit Fotoapparat ja auch ohne Live dann mache ich mir eine normale Handyaufnahme so das macht es wie ich so ein kleines Auto drin also ihr könnt das sehen hier unser Türchen treffen das Türchen treffen hier ist wenn ihr Lust habt könnt ihr selber vorbeikommen und euch das anschauen ist schon eine Flipflopfarben jetzt sieht man den Sportlofilter alles wir planen ist einmal so rumlaufen mit den Live Kamera und mit GoPro da oben kommen und dann einfach so rumlaufen und machen noch Fotos noch jetzt kann er später sehen jetzt kann er später sehen so zeigt euch das Sound Golf Carbio Überflügel Golf Zweier Da ist der Rotranner drauf Der Coyote Der Coyote in den Rotranner versucht zu zogen Der Coyote in den Rotranner 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 Da können wir sehen was hier so da ist Da kommt schon der BMW Audi VW Und wie quell euch das old Coyote in den Rotranner Seid ihr auch da? Kommt ihr noch? Was für Autofahrt ihr? Können jetzt alle schreiben Hallo Lottie 86 Ja danke an S.Eckervic Das ist eine VW Golf mit Flugflugflamen Super cool Kommst du auch hier zum Jugendtreffen oder bist du schon da? Servus 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 Hallo Ciao Schön gelb da bleibt früher auf, dann kannst du reinfüllen ok gut ja, wir haben schon gesehen live cool ok ok was genau ist das für ein Seat? was genau für ein Seat ist das eigentlich? ein Seat Leon 1M Cooper Cooper 2030 was wurde alles gemacht? KWV1, die Felgen Sparco Schadensitze Vickers Käfig und Auspuff alles gut schönes Auto da haben wir ein paar amerikanische Autos wenn die Kamera sich umdrehen Dodge Challenger Hemi Motor 6,1 Liter ja, das reicht doch auch Dodge Dodge kann auch tunen kann herkommen gut Auto wie ein Diesel fährt da man Abort Fiat Abort müsste ungefähr 165 PS haben da fällt einer weg Dreh dich um Dreh dich um Dreh dich um Stoß Stoßte etwas nicht gut die muss man dann austauschen haben die ja immer gesagt im Fernsehen beim Grip dass dann das bei 160 irgendwie ein Bremsenproblem herkipps ich soll von ich soll von Kumpel Christian grüßen grüßt grüß dich Christian so so schönes afrikanisches Auto wieder mit einer Ladefläche schön so so ein Volvo Raubunter dann mal ein neues Auto ein Scooter dann mal ein Vorart das ist auch schönes Auto das ist auch so schön und der ist auch so schön mit seiner Lüchte Froschaugen ja das andere ist weg mit Vollkast gefahren das sind schöne zu Bau oder sowas Asane schöne Fahrzeuge sportliche hier sind auch sehr schöne Autos lauter schöne BMWs alter Mercedes das auch wie schön gemacht das ist echt gut das ist richtig schön innen drin alles gemacht Ketten dass keiner rein geht gut ja schöner Kofferraum die Boxen das ZEIN cool da ist ja kein Alks bei mir der ist auch schön der Renault ich finde alle Mercedes wie ist das und wie ist die Live-Bedramen-Qualität ist sie gut oder nicht gut ich kann es ja nicht wissen also auch schön gemacht das Lackiere gut gut fette Auspuff da ist sofort hier dann nachher drinnen und Feuerlöscher verbleiben der Nächster im Skyline was sich Paul Walker gefahren hat das hat mich so bisschen wie für ein London von Tokyo trifft da ist ja nachher nachher genau besser da hinten genau gut dann kann man durch die reihe hinterlaufen ja ich habe gewählt ich war schon wählen bevor ich zum essen gegangen bin habe ich gewählt so schöne dabei werden nissan bmws ein toyota da ist der motor hinten offen das ist ein schöner sportwagen da ist ein auspuff lauter schöne autos ford bmw ford fc hier im golf und falls ihr hunger habt ihr geht es auch aus dem essen der ist auch schon gemacht schon der sechsten 30 habe ich auch schon mal gefahren ja vor allem die sind auch noch mit schade hast du das auch gut gemacht ne ich habe ihn eigentlich so im sommer gefahren ja war ein schöner alter opels schöne farbe kadett schön oder da gibt es kaffee der rollimbuswagen von kabel 1 kann aus kabel 1 fahr wie bulli das war ein schönes auto komm wir laufen da hoch wir müssen da hochlaufen wir müssen da hochlaufen da geht es weiter da oben geht es weiter da sind die um ziemlich besseren autos die teuren auf dem dach da klappe ich nicht was er offen hat der hat nicht offen da kann man wasserpfeife rauchen bus wasserpfeife oder essen lauter schönen autos hier da hinten ist der besucherparkplatz hier aussteller und oben sind die besseren aussteller die ganz teuren waren damals sieht man einen wunderschönen toyota motor 2000 twin kann 16 jo wenn euch sind gefällt ja wo machst du den live stream wo machst du den live stream hier also auf welcher plattform ich kann auf youtube auf youtube hier ist der kanal name ich wollte dich nicht erschrecken da oben ist mein name justus könig und da unten ist der kanal name danke bitte er hat sich jetzt auch geschliffen nicht aufgerüst gut wir gehen da hoch wir gehen jetzt da hoch viele leute die wissen sind da Toiletten und da haben wir bezahlt es gibt noch ein anderes video wo ich hoch mache wie wir das rein und raus fahren und da oben sind die anderen autos und da oben fülle ich noch alles ab und dann mache ich glaube ich das live stream aus und dann mache ich nochmal habe ich irgendwie so geplant hat mir alles gesehen live stream weil dann fülle ich ein 4k wirst und ein handy so und dann sind wir hier oben das sind die besseren autos da sind wir gleich ein teurer mercedes weil der so alt ist der kostet so viel geld gut 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 das sind wir Sonntag schöner Bémy goldener Bémy das sind wir voll Kappen drinnen voll cool hier oder das ist doch schön hier das ist doch schön hier wir haben doch schöne autos wir haben dort schon ja das ist doch gut dass der Lippe jetzt gibt es den guten kleinen motoren hier wahnsinn schön gemacht schön oder hier das treffen voll 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 hinten dran ha 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 verkauft offen ja wenn du ihn aufschließt wenn du schlusslos ihn aufschließt und mal betreibst ja das verkauft offen weil die Leute haben alle feierabend oder wochen nur noch die das ist doch schön da kann man ein bisschen die Kreisburg sehen da kann man ein bisschen die Kreisburg sehen Schaut aus wie RC, fern gesteuert Oh das ist noch cool Echte Power, auch gut gemacht wie das Ding ist Und das ist auch immer dabei, an Schulen treffen, Oldtimer treffen So, das war mein Motorrad Ich bin mal da, da kommen wir einmal nach Gut Ein schöner Motor, TFC, TFC, Steilkette Benzin noch Ist ganz einfach, weil du nicht kommst und deinen Musiker bringst Du musst halt kommen und deinen Musiker bringen Keine Ahnung Bin ich der Veranstalter Der ist schön tiefgelegt, oder? Der Audi Wir haben ein sehr schönes Wetter So Und der war schon jetzt bei dir vorall gestanden Und da sehen wir's alles noch von oben Das ganze Schulen treffen Dann sag ich danke für's Zuschauseinstalten Wünsch euch allen noch ein schönes Wochenende Also recht neu ist eigentlich noch einen schönen Sonntag Und einen guten Start, eine neue Woche Ob Schule, ob fern oder Arbeit, egal Hauptsache guten Start Blähmungshund, Bernzin bald wieder Die restlichen Videos kommen dann später Heute oder morgen online Das live könnt ihr jetzt alle immer nach angucken Wer es verpasst hat Ja, für YouTube live Alles ist over and out Kenne euch alle Zeiten Ende Viele Grüße Ich drehe jetzt hier nochmal weiter Das macht mein Stream jetzt aus Wenn denn dein Stream jetzt Ja stimmt, ich muss erstmal alles wie einstellen Ja, wir sind nicht los Ja, wir sind hier Ja, wir sind hier Ja, wir sind hier Ja, wir sind hier Das ist ein Roller-Drill Oh, da läuft doch was Ja, das geht auch Ja, das geht auch Ja, das geht auch Ja, das geht auch 1, 2, 1, 2, 3, 4 5 Freunde 5 Freunde, das sind wir 5 Freunde, das sind wir Wir sind 5 Freunde 5 Freunde 5 Freunde, das sind wir 5 Freunde, das ist wir 5 Freunde, das sind wir